Hier liegen also die Bäume. Bei unserem Nachtultra habe ich mich schon ein bisschen geärgert, dass da gar nichts Neues lag. Nur zwei von denen, die im Januar schon lagen. Aber hier im Burgauer Wald. Eine Übung für den Oberkörper. Jetzt müssen wir wieder bücken. Oh, ja. Ja. Das war's für heute. Jetzt fehlt natürlich die Stirnlampe, um das zu erkunden, was da so rauscht. So, und da scheint die Sonne wieder und wir sehen in der Mitte des Bödes jetzt Burg Niedeggen. Wir gehen in der Mitte des Bödes jetzt in der Mitte des Bödes. Blick von Brandenberg Richtung Schmidt. Und hinein ins Lauschige Tal geht es nun. Rauf Richtung Bergstein. Bielstein im Sonnenschein, links schaut Burgheim raus. Eugenienstein. Kuhkopf. Auf der Mausaule. Obermaubach und seit Stausee. Neuland. Den Weg kenne ich noch nicht. Endstation PE-225. Oder geht es doch weiter? Bisschen schwer zu finden, aber hier ist noch was. Bisschen. 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 Abonniert. Bisschen. 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 Vielen Dank.